Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich sitze in meinem Zimmer, bin gerade aufgestanden, die Rollladen im Zimmer sind noch unten und warum das so ist und warum das die nächsten zwei Stunden noch erstmal so bleibt, seht ihr gleich nach dem Intro. Ja Leute, ich bin gerade aufgestanden und heute geht es nach Sassbach-Walden und zwar zusammen mit Manu. Ich treffe mich eigentlich gleich mit dem und wir fahren zusammen nach Sassbach-Walden. Jetzt hat er sich aber gerade gemeldet und hat angerufen, dass der Shuttle anstatt um 10, erst um 12 losfährt oder anfängt zu fahren und das heißt, wir fahren jetzt zwei Stunden später los, das heißt, ich haue mich jetzt nochmal ins Bett und dann geht es nach Sassbach-Walden. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Der Julian und der Matze, die kommen auch direkt noch dorthin, das heißt, die treffen wir da auch und ich denke, wir haben einen richtig coolen Tag und ich bin mal gespannt, wie es wird. Für die Leute, die zum ersten Mal von euch nach Sassbach-Walden wollen oder sich da noch nicht auskennen, da gibt es einen Trail, der ist aber relativ lang und ihr könnt da, da gibt es einen Shuttle, einen VW-Bus mit einem Fahrradanhänger hinten dran, wo die Fahrräder drin stehen und der Shuttle leuchtet sich immer an Einstieg vom Trail und ihr könnt da einzelne Fahrten kaufen, da kostet eine Fahrt 5,50 Euro. Wenn ihr eine 10er-Karte kauft, kostet die 50 Euro, das heißt, da spart ihr pro Fahrt 50 Cent. Das kann man auch gut zu zweit kombinieren, dann hat jeder fünf Fahrten. Sassbach-Walden muss man kennen, weil das ein relativ langer Trail, das heißt, mehr wie vier oder fünf Fahrten schafft ihr da nicht am Tag und dann kommt es wieder so auf einen normalen Bikeparkpreis raus. Das hört sich zwar am Anfang viel an, aber das Shuttle fährt echt eine ganz schön weite Strecke hoch und da schafft man nicht so viele Abfahrten. Aber jetzt ist genug gelabert, ich hau mich ins Bett und für euch geht es aber dann gleich zum Trail-Einstieg und ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit dem Video. Let's go! So, jetzt geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020